Moin und Hallo zusammen. Mal melde ich mich mal wieder aus Pangea West bzw. Pangea Schweizerdorf hier vorne. Ja, lange war es ruhig um mich. Hatte viel anderes zu tun. Hatte auch nicht so große Lust zum Modellbahnbauen. Aber heute Nachmittag, nach dem Spaziergang, als der Kaffee fertig war, dachte ich, baue doch mal an dem kleinen ehemaligen Güterschuppen. Was ja jetzt hier bei meinem Schweizerdorf-Bahnhof sozusagen die Wartehalle, Automatenhalle für Fahrkartenautomaten, Kiosk etc. pp. Vielleicht ist ja auch noch ein kleiner Fahrkartenschalter drin. Wer weiß, was es im Pangea noch so alles gibt. Ja, ansonsten ist nicht viel passiert. Hier hinten steht obligatorisch im Moment mein alter Lego-Platzhalter-Containerkran. Und ansonsten, ja, nichts Neues. Mit lautem Fahrgeräusch. Trotzdem, dass sie gereinigt und frisch geschmiert ist vor einiger Zeit. Die alte Roco, Achtung, um bezahlte Werbung war dies. 2,15. Und dann lassen wir doch noch. Ich weiß gar nicht, welcher von beiden fährt los. Gar keiner. Auch gut. Wieder wie immer, gell? Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Danke für alle neuen Follower. Danke fürs Anschauen. Danke fürs Folgen. Danke für jeden Like. Danke für jeden Kommentar. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Bleibt gesund. Euer MOBA Andi.